I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home. Ich habe offscreen einiges verändert. Erster Punkt, ihr kommt mal mit zu euren Haus da hinten irgendwo wo das war. Okay. Da gibt es schon eine erste Überraschung für euch, direkt vor der Tür. Mhm. Kisten. Warte. Kisten. Gummutbüschi. Von den beiden Xenos. Hier ein kleines Präsent von den beiden. Essen. Ja, nice. Essen. Geil, danke. Kein Problem. Deshalb hat sich hier sehr viel auch in der Welt verändert, ich habe sehr viel umgebaut. Nur dafür, dass alles hier klappt. Wenn ich im Offscreen bin, werde ich mich auch darum kümmern, dass das Essensproblem kein Problem mehr darstellt für euch. Das was? Das Essensproblem. Achso. Nice. Dankeschön. Bitteschön. Das ist wirklich nice. Sehr freundlich. Auf jeden Fall. Und jetzt bewegen wir uns weiter Richtung mein Häusel. Ja. Klar, können wir machen. Boah, ich will meine Rüstung wieder haben. Ich bin so arschlamsam. Bitteschön. Schöne nicht, wie es ist. Ich bin so arschlamsam. ein Brot drüber schmeißen, gibt es da wieder. Ich habe nämlich jetzt gerade nichts dabei. Achso, Moment hier. Danke dir. Danke dir. Bitteschön. Dann habe ich hier Felder eingelegt, ohne Ende. Werden später dann immer für die Offscreen-Versorgung da sein. Ja. Das sieht doch auch ganz cool aus mit den Feldern. Meine Brücke ist unterirdisch beleuchtet. Unterirdisch beleuchtet. Wenn du runter springen, dann kannst du das sehen. Ah, mit Low Stone. Also wenn jetzt mal einer Nacht machen würde, dann können wir das so sehen. Oder wir warten bis Nacht ist, dann sehen wir es hoch. Das können wir ja dann betrachten. Und da trete doch mal eine, meine heilige Halle. Ja, nice. Coole Sache. Wir können da hoch sitzen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Warte mal kurz. Hier geht es in den Gästebereich, wo ich hoch gehe. Also hier können wir Gäste mal einladen. Die können hier verweinen. Ja. Das Gäste-Hotel. Genau. Und auf der anderen Seite, da ist von mir und meiner Freundin heiß. Das ist der Bereich. Nice. Ach, führt ja eine Dreierbeziehung. Nein. Das ist wegen der Symmetrie halber gemacht. Also aussehen. Jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch mein Secret Lager. Da könnt ihr euch gerne bedienen. Außer halt. Ich glaube nicht. Ihr habt ja euer eigenes Volk. Ja. Hier habe ich ja gefarmt. Mhm. Hier runter. Achtung. Nicht komplett runter gehen. Hier ist nämlich ein Abgang. Warte. Und die Kisten können doch gucken, was du alles zusammengefarmt hast. Boah. Alter. Hauptaugenmerk ist hier. Hier. Jo. Alles klar. Ha. Okay. Wie sieht das alles so? Ba, ba, ba. Und hier ist das Portal, wenn ihr überwollt. Wo? Das heilige Portal. Das heilige Portal. Und ich habe noch was anderes. Ähm. Die hat mir einer die Dia-Spitzhacke geklaut. Ich war der. Und hab sogar den Subjektiv zu verliehen. Ich hab sie nicht. Ich hab sie auch nicht. Da liegt sie noch auf die anderen Garde. Da muss ich gleich noch mal reinkommen mit denen. Ähm. Das haben wir auch noch. Was wir wollen. Nice. Wartet mal gucken. Hä? Das ist von... Das erklärt dann die, äh, beiden Tenos. Okay. Das ist der andere Garde. Der der gerade offline. Nur so da hängt und gleich wieder raus geht. Hä? Ich verstehe jetzt gar nicht. Das ist von meiner Freundin der Jar. Achso. Du hast dich jetzt also über ihr PC eingeloggt. Genau. Ich hab mich gerade über ihrem PC eingeloggt. Ich spiele an einem anderen Computer. Spielte gerade, äh, ein anderes Spiel. Und ich hab mir ja kurz ihren Laptop gekabert. Was machen? Hm. Okay. Ähm. Moment. Sekunde. Jo. Das ist blöd, wenn man da Musik aus dem Internet wieder gibt, die Werbung, die nervt. Ja. Okay. Ähm. Dann könnt ihr auch mal noch mitkommen. Ich lass dich jetzt mal hier so rumgammeln. Ähm. Kommst mal mit. Hier einfach fallen lassen. Was? Einfach fallen lassen. Vertraulich. Ah, du hast mich geschobst. Hahaha. Ihr habt auch noch ein unterirdisches Tunnelsystem, wo ihr euch austoben könnt. Okay. Oh, aber nicht verlaufen kommt gerade von hinten. Wer kommt von hinten? Von hinten kam gerade der Spruch. Warte. Sag selber. Nicht verlaufen. Guck. Hahaha. Das ist ihr Tunnelsystem, nicht meins. Oh je. Alle Dias, die in meinen Kisten rumschweben sollen, bitte liegen lassen, die brauche ich für die nächste Überraschung. Okay. Okay. Auch wenn ich jetzt die DIA-Akt und DIA-Schwert habe, das gehört eigentlich nicht mir. Na? Hm. Okay. Also. Ich will mal hoffen, dass euch die Überraschung verhältlich gemacht habt. Lol, hier ist ja gleich der. Ne doch nicht, das war einfach nur ein Junk-Fehler. Ja. Oben ist mal wieder Gewitter. Boah. Mensch, Dorian, mach dein Fenster zu. Hahaha. Alter, was geht denn da oben ab? Fällt unter Gang. Und hier durch kommt er ganz normal wieder hoch. Okay. Wo er auch ins Lager kommt und auch oben durch die Tür. Die zweite Tür, da könnt ihr euch einfach runterblumpsen lassen und seid ihr in der Farbenhöhle. Okay. Und da ja unser anderer ja gerade nicht mit drauf ist, der hat sich schon gefreut, der wusste die Überraschung schon vorher, was es ist. Okay. Das soll bloß hier Marker-Geste sein, so. Hä? Was hast du eigentlich einfach so vom Müll? Mega nice Geste von dir, ey. Ja. Wenn ich schon die Logging-Daten kriege, dann muss ich mich auch revanchieren, ne? Hahaha. Ach, jetzt ist gerade Nacht, jetzt könnt ihr die Brücke von unten beleuchtet betrachten. Sieht irgendwie cool aus, finde ich. Jo. Wollt ihr gleich mal bei mir pennen gehen? Ja. Ich glaube, das wäre das Beste, ne? Ja. Ihr könnt euch raus suchen. Hm, welches Beste ihr nehmen wollt, das ist mir relativ dritte. Jetzt hat mich hier so ne wilde Mücke an der Hand geschlossen, das gibt's noch nie. Oh, bei dir gibt's Mücken, bei uns noch nicht. Ja. Na dann, tut euch irgendein Platz. Ja. Dadurch, dass das hier so relativ hoch ist, würde ich euch empfehlen, geht immer hier pennen, weil da habt ihr das Monsterproblem nicht. Okay. Okay. Würde ich dir sagen, ein Peleng. Liegt ihr alle im Bett? Ja, ich lieg schon. Ich auch. Aber, achso, wegen dein Dings da. Charakter. Achso, ja. Verzeihung, habe ich jetzt gerade verfilmt. Ich lege, ich lege hier dritte irgendwo. Ich. Ich. Hä? Okay. So. Look runter. Ich. Mach mal so. Gut. Ist nicht wahr, dass schlimm. Okay. Gut. Ich bin auf meinen heiligen Balkon. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Achso, ja stimmt. Ich bin. Ich habe mich gerade gewinnert. Hä? Wo ist denn hier der Ausgang? Wie komme ich denn hier weg? Ja. Gut. Das ist doch schon mal was. Das habe ich so größtenteils auf Screen gebaut. Och. Und das muss man noch dazu sagen, das waren zwei Tage auf dem Server. Mehr nicht. Nein. Ich war mit, mit, ne, Donnerstag und Freitag war ich bloß drauf. Da habe ich das alles gebaut. Räuft. Du 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 du. Man muss aber noch dazu sagen, ich habe immer noch keine Rüstung. Ich auch nicht. Kommst du mal kurz zu mir? Ja. Willst du nicht mitmachen? Die warten schon. Okay. Lager ist das? Ja. Leider konnte es habe ich nicht so viel Level sein. Sonst hätte ich gesagt, ich versaubert jetzt noch. Kein Problem. Achso, ja. Ich habe das jetzt eingerichtet mit dem Keeping, ne? Ja. Habe ich schon gehört von. Gefällt mir. Das ist gut so, ja. Ich würde dich bei meiner Freundin bedanken, die hat den Code irgendwann mal im Internet rausgesucht. Vielen Dank an... Wie heißt du denn? Warte, ich leite dich mal kurz weiter. Ja. Vielen Dank, vielen Dank für das Haus suchen, ne? Kein Problem. So. 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 Haben wir das auch erledigt? Ähm. Würde. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Nicht wegschmeißen. Nimm doch. Hallo. Lecker. Leute, ich habe gerade geleckt. Hier ist was für dich. Ja, ich lecke gerade. Oh, danke schön. Vielen Dank. Bitteschön. Doch, ja. Ich brauche es nicht. Das, was ich habe, gibt es nicht. Das gibt es später noch. Pff. So. Ähm. Jetzt muss ich mir erst noch was platzen. Bitteschön. So. Achso, ja. Ähm. Die Holz, Koppel, Erde und Co. will ich rüberschleppen ins Lager. Das wird mir dann ja später mal helfen. Ja. So. Was machen wir jetzt so Produktives? Ich weiß es nicht. Sobald ich weiß, hat meine Freundin sehr viel erkundet. Ja. Man hat aber keinen Dungel gefunden und auch kein Dorf. Okay. Ach, ich glaube eine Wüste hat sie gefunden, wenn ich mir nicht höre. Wollen wir nicht unbedingt eine Wüste. Naja. Für Klaas vielleicht, aber das findet man auch am Strand. Joa. Daher. Ich musste schon mein obergeheimes Loch zumachen. Was denn hier bei Martin? So ist alles zugewachsen hier. Ja, das war ich. Achso. Martin hat auch dasselbe bekommen wie ihr. Ah, ich werde jetzt nur mein Haus ganz reparieren, ne? Das hier oder was? Hm, hier, wo ich wohne. Das sieht ein bisschen zerstört aus. Wenig. Du brauchst nur Treppen, eigentlich nur als Treppen, ne? Ja. Oh je. Nee. Nee, ich glaube das ist schwarz einfach jetzt. Das war grad ein Creeper. Achso. Du kannst jetzt beim ersten Lack holen. Ich hab genug davon. Wenn du es willst. Ach, wir haben doch auch nen Haufen. Ah. Hat hier meine Axt. Ich hab keine Axt. Moment. Ich komme. Passt du noch Holz da hier mit? Ich würde schon mal ne Runde komplett das Werkzeug und Co machen. Nö brauchst du nie. Also. Nö eigentlich nicht. Kannst du aber. Mein Schwert ist halb kaputt. Oder macht euch das. Ja. Wir machen das sonst dann wenn wir was brauchen. Oder ich lass meinen Lackot da wo es ist. Wenn ihr was braucht holt es euch. Ja. Äh äh. Florian. Vorsicht. Lars brauchst da. So. Lars, Lars, Lars. Wieso? Mach da. Hast du noch so ein Holz, Dorian? Ich hab zufällig Glas einstecken. Und davon hab ich zufällig auch was. Mensch. Alles zufällig hier heute. Und drei Uhr nachts. Und drei Uhr nachts. So. Buch? Drei Uhr nachts hier. Heute wir nehmen uns drei Uhr nachts auf. Nicht Kappa. Ja. Ja. Hast du nur eins davon, lieber? Ich? Cool. Ich geh mal Schicki besuchen. Ja die. Oh Steinmauer hab ich sogar auch. Was ist los hier? Der schräge Vogel wurde bewundert. Der schräge Vogel wurde bewundert. Warum? Meine Freundin hier ist erstmal auf dem Server. Da hat sie sich erstmal alles ganz genau angeschaut. He. Und eins war das wichtigste war der Vogel erstmal. Guck mal ob der wirklich da steht wo er sein soll. He. Schicki. Hallo. Du kleiner Franz. Alles klar. Dein Häuschen ist wieder in Ordnung. Danke Schengomo. So war das? So. Jetzt muss man nur vielleicht mal gucken, dass dein Götterhaus dahinten fertig wird. Götterhaus. Moinze Schicken. Was hast du gemacht? Ich hab Moinze Schicki geschrieben. Achso. Jetzt verstehe ich. Meinze Schicki. Was für ein Kirschedings da? Das Haus da in der Luft oder was meinst du? Ja in deinem Haus. Ähm ich hatte auch den nächsten. Ich wollte eigentlich bei mir ein Voting rein machen in meine Folge. Blödes. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Das ist total verpackt. Du musst mir mal deinen Kanal Dings schicken ne? Such's bei Youtube. SeenofsanHD. Ich hab immer noch nicht irgendwie mal nachgeschaut nach deinem Kanal. Ja oder lass's dir von Kumo schicken. Schick's dir dabei Whatsapp. Dann abonniere ich dich mal. Jo. Gott ist ja kein Mord. Da bist du ja ähm. Da bist du äh der zwölfte Abonnent. Oh. Erst. Ja erst. Ja erst. Okay jetzt du hast mehr. Ne ich hab noch nicht viel Videos gemacht. Ich hab hauptsächlich bei Facebook geladen. Achso ok. Ach. Ach. Achja das Haus hab ich schon mal als Abkürzung genutzt. Das Abkürzung. Ja und darüber. Immer hier hoch irgendwie. Mich gebastelt. Und dann immer hier hinten runter gehobt. Dass ich da drüben ja bloß auf der Gantum lande. Und dass ich ja bloß schnell da bin. Aber ich hab alles wieder weg gemacht. Und alles wieder ordentlich gemacht. Das ist lieb. Ja. Ich bin ja nicht wie der Server Terrorist ne? Der Server Terrorist. Vor allem ich trau mich im. Jaja ich will schon. Achso so ein Rat von meiner Freundin. Wenn der wieder mal so ein Troll mit TNT macht. Troll. Geht auf dieselbe Art zurück. Sprech ihn ins Haus. Und solche Sachen. Nein ich weiß nicht ob das wirklich Tarn hat. Oder nicht. Das ist das Problem. Ich hab aber keinen Bock mich auszulocken. Und dann gibt der vielleicht mein Passwort nicht oder so. Das ist das Problem. Ähm ich sag mal so. Der hat ja letztens da unten ja rumgesprengt unter dein Haus. Martin ja. Da ist ja so ein ähm blöde Hügel. Da hat er dem ehesten richtig weggekracht. Da hat er jetzt wenigstens ordentlich ausgesehen. Kann ich ja dann mal probieren. Auf Stream. Wenn ich meine Hauswertgruppe muss ich halt neu bauen. Scheiß drauf. Vielleicht wirds ja noch schöner. Vielleicht wirds ja noch schöner. Ich hab ne Idee. Warum bauen wir das Haus nicht so um wie meine Villa so ähnlich. Nur im fliegenden Modus. Wieso nein. Ich baue hier nie alles um. Ich hab so ne Idee. Ich baue hier nicht alles um. Irgendwann kommen wir in die Welt und wir denken so. Hä was ist denn hier für ein Bug los. Nein ich meine. Die Welt kommt nicht so anders. Du verstehst grad nicht. Ich will das nicht auf Screen machen. Das will ich mit euch ändern. Und bei uns. So meine ich das jetzt. Stell dir mal vor. Mein Haus da in Siegenden. Mit anderen Farben und anderen Facetten. Das können wir vielleicht nochmal irgendwann anders machen. Das bleibt alles hier wie es ist. Wird nix dran gerüttelt. Halsch. Ob du hier bist oder nicht. Achso ich hab hier oben auch noch euren Heldengang zugemacht hier. Ich hab geschafft viermal abzustorfen in die scheiß Schlucht. Vier? Ja. Viermal in der anderen. Ach hör Fischi da ist dort auch schon gerne mal runter gefallen. Jaa. Deswegen hab ich das auch so ein Stück zugemacht. Ah der Eingang steht noch. Gut. Was ist denn das? Komm mal zurück. Was guckst du? In unserer Höhle. Da. Warte. Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du? Immer noch was guckst du? Was guckst du? Gut was machen wir jetzt Leute? Sag mal was vor. Na ich würde jetzt ein bisschen an deinem Haus weitermachen. An welchem? Ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Und hab was aber easy. Ähm. So das reiche. Ich hab ne Idee. Ich wollte von eins aus aus. Ähm basierend hinter aufs Meer weiter bauen. Also ich wollte mir jetzt an den kompletten. So fast komplette Meer oder Beschlag nehmen. Ich hab da nämlich ne Idee. Ich baue deine monsterartige riesige PvP Arena. Nice. Wenn ihr wollt. Oder ich baue euch ne Monster Farm. Eine hier Mob Farm. Ich wäre erstmal für ne PvP Arena. Ja. Das finde ich geil. Wenn Brian oder so wieder da ist. Dann gibt's wieder Krieg und Sing. Ich hab mir die letzte Folge noch nicht mal angeguckt. Ich hab mir die eine Stunde Version. Bisschen angeguckt. So aus langer weile mit meinen Neffen vorhin. Bei mir ist das Problem. Ich kann die letzten drei Folgen nicht hochladen. Warum? Ähm Copyright Problem. Aha. Verdammt. Deshalb wollte ich euch eigentlich mal fragen. Kann mir einer von euch mal die Tonspuren von sich geben? Oh ne. Muss ich gucken. Äh. Da kannst du dich einfach über meine Tonspur legen und gut ist. Dann ist das Problem weg. Ja. Weil das ist nämlich scheiße. Ich kann den Löse nämlich deshalb nicht nutzen. Weil mein Video wurde schon ermahnt. Ich habe schon Einspruch eingelegt. Da das von Spotify von der Playliste war. Die für sowas gedacht ist. Und das ist nur ein Grund in den Augen von YouTube. Und es steht immer noch der Anspruch. Ja. Ich glaub da kommst du auch nie gegen an bei YouTube. Nö. Ich hab sogar bei YouTube die Möglichkeit Titel zu löschen. Aber dafür geht das Video erst offline. Und geht als neues Video online. Und boah dieses ab und der oder. Hm. Ich hab schnell Bock. Da stand da bei mir eine Zeit lang Kopie von drinnen. Ich weiß nicht ob das einer von euch gesehen hat. Was? Na ich hab das Video eine Zeit lang. Statt erst mal drinnen. Bei mich steht ja gemütliches Let's Play Folge 1. Mhm. Ähm. Und da stand dann da Kopie von gemütlichem Let's Play. Okay. Weil die das halt für mich kopiert haben. Erstmal. Und ich musste warten bis auf den Freak Boys. Soll ich zähmern kann. Und was. Ganz Abendhermon. Muss ich mir nicht mehr geben ey. Die sind ja nur auf den Ketten. Auf YouTube. Hat einer Birken-Setzlinge. Birken-Setzlinge. Musst du mal im Lager gucken. Da sind bestimmt welche. In der Pflanzenkiste. Ich hab mich an alle siehst geklaut. Okay. Braucht sich nämlich alle. Also an Essen braucht ihr euch nicht mehr kümmern. Da kümmer ich mich. Nice. Und wenn dann findet ihr immer noch bei mir im Lager einen Haufen zu kratzen. So. Ich werd mal. Wann er jetzt hinten in den Ofen? Ich hab mir jetzt ein Level. Ich hab mir jetzt ein Level. Hau dir was in den Ofen und du es rausnimmst. Ich würd sagen wir beenden erstmal diese Folge. Was? Wir sind schon wieder bei 23 Minuten wahrscheinlich jetzt. Ungefähr. 24 bei mir. Ja aber ich hab mich schon eher aufgenommen. Bei mir ist es auch schon 24. 23? Warte. Hä? Es geht so schnell Leute. Ja ich mach auch heute Stream-Ausfall bei mir. Joa. Ich hab's nicht geschafft das alles aber das Foto bereiten. Also heute sind wir mal wieder. Weniger. Mal wieder zu dritt. Schade eigentlich. Die anderen zwei kaputt haben. Ist auch mal. Ja ist aber auch mal ganz entspannt. Ja. Die anderen haben sich ja nie gemeldet. Ey Komo da ist auch cool bei WhatsApp ne. Ich will nicht wissen wer nicht dabei ist. Ich will wissen wer dabei ist. Ja. Gut. Also wenn es euch gefällt lasst ein Like da. Kommentiert. Abonniert. Favorisiert. Alles mögliche. Was ihr da so machen könnt. Genau. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und schreibt in den. Schreibt in den Chat. Hashtag. Kuss. Tschüss. Ja gut Leute das war's. Hör da rein. Tschüss. Und heute. Nee. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.